Die Geisterstunde steht an. Zeit für die Verräter, ihr schmutziges Werk zu vollenden. Philipp und Tommi haben sich selbst von der Todesliste gestrichen. Und selbst damit haben sie dem tödlichen Trio wieder Arbeit abgenommen. Die Entscheidung bleibt schwer, aber die Auswahl ist kleiner. Alles, was sich den ganzen Tag über im Kopf angestaut hat, kam dann echt im Konklave raus. Ich gehe heute in die Konklave mit keinem guten Befehl. Na, Mädels? Was war das für ein Tag, oder? Ich würde sagen, Todesliste hat funktioniert. Und ich glaube, es war echt ganz schlau, dass wir keiner von uns auf die Liste genommen haben. Weil die haben sowieso gedacht, dass einer drauf ist, safe. Die haben gesagt, 100 Prozent. Und das war echt clever, dass sie nicht gemacht haben. Alle denken natürlich, dass ein Verräter definitiv auf dieser Liste drauf sein müsste. Und das ist natürlich schon wieder für uns ein leichtes Spiel. Aber heute, ich hätte mir so gewünscht, dass Philipp noch auf der Liste wäre. Bin ich ehrlich. Mir wird Philipp wahnsinnig gefährlich. Es ist so, dass ich die ganze Zeit spüre, wie er mich ansieht. Und das kann mir zum Verhängnis werden. Ich darf das nicht zulassen. Eigentlich muss ich Philipp ermorden, aber ich kann es heute Nacht nicht. Susan wird auch verdächtigt. Susan war direkt nach dem runden Tisch Hauptthema. Ich habe nur so zugehört, dass Leute alle, die haben gesagt, ja ganz klar. Also wenn ich jetzt ein Verräter wäre, ich sage, danke für die Arbeit. Das habe ich noch gedacht. Ihr habt schon die Arbeit, die uns erlebt. Das lasse ich auch noch. Du hast das gestern auch gesagt. Die werden sich selbst... Ja, definitiv. Ich weiß nicht genau, wer Susan auf dem Radar hat. Dass wirklich einige Mitspieler der Meinung sind, dass wenn Gülcan nun ermordet wurde, Susan die Verräterin sein muss. Weil es nach wie vor der allgemeine Glaube ist, dass ein Verräter auf der Todesliste war. Ich habe eigentlich einen Wunschkandidaten zum Morden. Gülcan. Mhm. Weil Gülcan Philipp verdächtigt hat einen runden Tisch? Ja. Also ich habe gerade gedacht, weil ich habe, wenn wir jetzt... Das war das Argument Gülcan. Wenn wir Argument Susan... Das ist einfach nur, weil ich glaube, dass Gülcan viel gutgläubiger mit uns ist. Ich glaube, eine Susan schaut uns genauer an als eine Gülcan. Aber das wäre jetzt schlimm für uns, weil Gülcan wird nicht verdächtigt. An einen zu tönen, der überhaupt nicht verdächtigt wird, macht gar keinen Sinn. Susan wird die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn sie kommt. Dann heißt es, sie hat Gülcan ermordet. Wenn Susan geht, weiß ich, dass Gülcan dann auf jeden Fall so in Richtung Männer schauen würde. Wenn Susan morgen stirbt, dann denke ich, dass Gülcan sich auf Philipp einschießt. Für mich ist es ein bisschen so, jeder Name, den wir draufschreiben, ist gut. Weil die andere den Job dann macht. Aber haben wir kein... Also nein, wir haben keine andere Wahl. Wir haben die Person umgebracht, die uns einfach das Leben leichter macht. So, Ladies, langen Atem morgen. Wir schaffen das zusammen. Die Konklave ist gut gelaufen, aber mir ist unwohl bei der Entscheidung. Wir sind auch mittlerweile von Daniel자 exemple. Diese OK-Ba türkern. So, Untertitelung. BR 2018